Hallo liebe Werder-Fans, ich bin endlich angekommen hier im wunderschönen Bremen. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung, auf die neue Aufgabe mit euch. Ich bin natürlich froh, dass es dann endlich geklappt hat, sodass wir jetzt in dieser Saison neu angreifen können und ein überragendes Bundesliga-Jahr spielen. Ja, liebe Werder-Fans, ich habe gerade gesehen, meine Lieblingsbeschäftigung, den Ball übers Tor pölen. Wenn ihr mehr Videos davon sehen wollt, abonniert den Kanal oder kommt ins Weserstadion und dann zeige ich euch, wie man es wirklich macht.